Wo die kleine Lücke ist, sprießt die Pflanze. Und sobald man sie nicht stutzt, wird sie groß und kräftig. Nichts anderes versuche ich mit meiner Arbeit. Es macht nur Sinn, wenn man seinen Weg weitergeht. Diese Offenheit zu haben oder diesen Mut zu sagen, ich weiß jetzt nicht genau und hundertprozentig muss rauskommen, dass es eigentlich dieses Zulassen und Werden und der Evolution folgen, so was macht die Natur. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!